hallo und willkommen hier bei silicon bread mit einem neuen spiel backbone ein schönes 2d pixel art spiel in einer welt voller tierischer mitbewohner und wir sind wahrscheinlich dieser waschbär laut artikelbeschreibung sind wir kein held wir sind nichts wir sind einfach nur waschbär spiel detektiv genau und ich glaube in vancouver spielte spiel ich habe ein paar törer angeschaut ein paar screenshots aus lieblich aus und da dachte ich beginnen wir doch mal leicht ist es ja was schönes und fangen wir doch mal gleich an aktuellen fortschritt geht dabei verloren ich habe das spiel noch nicht spielt akt 1 prolog und schon sitzen wir in der wanne telefon ja genau in der wanne buch zigarette und dann tut mir leid ich habe ihren anruf verpasst ja kein problem drücken sie die 27 auf der klick gerade genug zeit um ordnung zu schaffen sieht schon lieblich aus bewege dich mit ad oder links rechts drücke e um ein objekt zu benutzen drückt ab um das menü zu öffnen ok nü hör mir auf bevor deine kunden eintrifft nichts ok untersuchen mama helen loto sie hat mir alles beigebracht was ich weiß und ich habe jahrelang gebraucht um die hälfte davon wieder zu vergessen so sind alle fischerboote so stellt sich niemand das paradies vor hauptsächlich fabriken und übervölkerte mietblöcke mein diplom projekt orte absolute einsamkeit heute bekommt meine kamera nur noch idioten vor die linse die an orten sind wo sie nichts zu suchen haben wie wir da schon sagt wenn ich mir das jetzt durchlese werde ich das wahrscheinlich auch alles vergessen ok was haben wir uns immer ernst ja ich muss frankie bitten das zu reparieren wenn ich wieder geld habe also nie und mama anrufen sei verkaufen rechnungen bezahlen nicht sterben der letzte punkt photochemikalien in der küche rumstehen zu lassen ist ein sicherer weg zum tod durch vergiftung oder zu einer exzellenten suppe gut zu dieser anblick wird niemals langweilig ich will nichts sagen aber ich sehe nichts klo lektüre die großen affen eine große geschichte eine klasse klo lektüre wenn er das so sagt echt lieblich gemacht und ein waschbär was war das ich habe sie aufgesammelt alles ist an seinem platz fallakten versicherungsbetrug gestohlene autos entfremdete geliebte ich sollte ein paar dieser alten fallakten wegwerfen naja kann man doch immer noch gebrauchen nutze die maus und gegenstände zu bewegen manche gegenstände kannst du mit e aufnehmen noch manche das war's ab in die küche oder ins wohnzimmer die schie abstellen das wasche ich später ab oder auch nicht was ist denn mit dem waschbärl das muss mrs green sein los 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 lassen wir unseren kunden nicht warten und dette entschuldigung ich suche direktiv loto wir haben telefoniert ich nehme an sie haben einen fall für mich mrs green ja nennen sie mich bitte und ich diese sache ist sicherlich reine routine für sie wissen sie es geht um meinen mann erzählen sie war in letzter zeit nicht er selbst er kam zu seltsamen uhrzeiten hause hatte fadenscheinige ausreden darüber geredet ja aber dann wird er schwierig als wäre alles meine schuld ich möchte nur fragen ob sie seine untreue beweisen können das brauche ich für das gericht aha scheidung wahrscheinlich oder erzähl mir mehr was wollen sie wissen wie sind sie darauf gekommen dass er untreue ist er war immer sehr zurückhaltend aber jetzt kommt er spät nach hause fehlt in der arbeit und riecht seltsam was ist das für ein geruch welches tieres nach parfüm aber nicht nach meinem alkohol rauch und etwas scharfen eine art kräuter gestern da fehlt in der arbeit ich habe anrufe von seinem chef erhalten der wollte wissen ob er krank sei ich habe ihn sogar gedeckt mir reicht es einfach beim lügen ertappt tja er ist einfach nicht gut darin er war auch kein lügner als wir uns kennen lernten zumindest dachte ich das wie spät denn hinterher sind schon lange im bett ich habe ihn gefragt wo er gewesen sei keine gute idee ist aggressiv geworden was tut das zur sache ja viel wahrscheinlich mhm ja persönliche details ja should be ich sehe jedenfalls nicht wie ihnen das helfen soll ein bild von meinem mann zu bekommen muss wissen ob er gefährlich ist na schön er wird schnell wütend und unberechenbar mehr brauchen sie nicht zu wissen und die kinder wegnehmen er hat gedroht sie mehr wegzunehmen ja daisy und elliot wollten das nicht alles durchmachen müssen ich werde alles tun um sie zu schützen das ist nicht ihre schuld ja das kann ich jetzt nicht behaupten aber es ist recht ach nicht deine schuld kommen ich weiß sie haben recht danke dass sie mir alles erzählen ich weiß dass das nicht einfach ist ja endlich finde ich den mut zumindest für sie ok schnappen wir uns wie sieht er aus hier ist ein foto er ist natürlich ein otter er trägt eine brille was heißt er natürlich er trägt eine brille mit eckigen gläsern und seinen ehring soviel ich weiß oh und er nimmt immer einen schwarzen nacken koffer mit in die arbeit wo finde ich ihn normalerweise in der arbeit oder zu hause er hat sonst nie einen zwischenstopp eingelegt jetzt aber immer wer sind seine buddies nein aber er hat von einigen typen erzählt und dass sie sich manchmal nach der arbeit treffen woran werden sie ihn in einer menge erkennen trägt in der arbeit immer einen anzug ich habe ihm heute seine grüne krawatte und und seinen grünen hut ausgesucht ok krawatte gut wie lautet sein name jeremy green ok ich glaube in der arbeit nennen sie ihn jesse 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 wo arbeitet er bei der wuffbank in granule ich schreibe ihm die adresse auf ok bezahlung ok ich kann ihnen jetzt 150 und wenn sie mir die fotos bringen reicht das ja ja mach mal und spesen bitte seien sie vorsichtig niemand darf wissen dass wir miteinander gesprochen haben wenn das rauskommt bin ich so gut wie tot vertraut vertrau mir enttäuschen sie mich nicht mr lothor ich vertraue ihnen mit meinem leben ja ganz sicher nicht naja naja was ich da gelesen habe alles über mich selbst vertraut na gut ich melde mich heute Abend neues ziel spüre jeremy green auf und finde beweise für seine untreue die odette vor gericht verwenden kann na gut machen wir das so hier noch was ein foto von her wahrscheinlich ok gehen wir auf dem weg zur bank nach grenville hübsch gezeigt backbone zu deutsch keine ahnung rückgrad grenville ich bin hier grenville der geruchte von nassen beton überteuertem fast food und erbrochenen hier bin ich zuhause läuft eichhörnchen was ist das für ein riesen eichhörnchen hallöchen schaut ihr dieses foto an hast du den schon mal gesehen fehlanzeigen fehlanzeiger und falls doch warum soll ich es dir sagen okay wie läuft es denn so alles bestens und selbst es geht um jemanden jetzt wird es jetzt wird es interessant was hat denn der typ angestellt mord brandstiftung mord soll ich mord sagen dann sagt er mir vielleicht wo ist nutzlos nutzlos kannst du mir nochmal helfen na gut du vielleicht nein um zu laufen ja das ist doch was feines das anatole ah wenn das nicht der gute rau ist was hat ein schlitzer wie du an so einem schönen abend verloren ich suche jemanden ach fangen wir erstmal freundlich an mein guter bieber wie geht es den kleinen den beiden geht es gut es sie um mir geht es auch bestens wir erwarten gepriesen sei der hirte unseren zweiten jungen oh ich habe da eine großartige geschichte für dich äh ja noch ein jungen wow glückspilze danke und er ist echt groß es ist rund für eine wassermelone naja zurück zur geschichte also sage ich zu ihr frau wenn du noch rundem wirst passt du nicht mehr in den kofferraum ha wie lustig nun sie haa wirf mir nur einen durchbohrenden blick zu und sagt gib mir das brot schatz mann nummern frauen Zeit für dich hör zu frauen ja diese geheimnisvollen wesen lieben brot wir haben es unserem jungen victor erzählt sohnemann bald wirst du einen bruder bekommen und er sagt oh nein ein bruder was ist das was soll das heißen also ich sage ihm mama und papa haben hart gearbeitet also haben die affen erlaubt dass wir noch ein baby haben dürfen noch einen jungen so wie dich die affen wer sind denn die affen das ist die das ist hier der start eine seltene gelingen das ist es da fängt unser kleiner victor an zu lachen unser roh papa wir werden so glücklich sein und ich und mein baby bruder wir werden die ganze zeit spielen und ich sage natürlich mein sohn aber es gibt einen harten und der ist du und mama ihr müsst euch um ihn kümmern denn zwei babys bedeuten kein papa denn papa muss jetzt vier schichten arbeiten statt zwei ach na dolly geht's dir gut ziemlich deprimierend das schaffe ich schon keine sorge warum bist du eigentlich noch mal hier ein heißer typen ja ich habe ihn gesehen ein ziemlicher spaßvogel riecht sehr streng habe ihn einige male vom weit nach hause gefahren aha wo ist er jetzt nach was hat er gestunken ach weißt du irgendwie nach fäkalien nach schalem alkohol und parfüm und kräutern schreckliches zeug was hat er gesagt ne der war meistens so fertig um zu reden sein gestank hat schon genug gesagt wo ist er jetzt vielleicht im beid ist eine echt zwielichtige spielung wer weiß danke anna dolly beste freund grüße an deine frau warst gut auf dich auch ja natürlich so wo ist hier woke sie haben das woke hübsch renoviert wenn mehr leute ins kino gehen würden gegen erster welt um einiges besser kann ich jetzt nicht behaupten aber ja und ein paar cocktails und einen film klingt nach einem plan fürs wochenende gehen wir ins kino na dann nicht was war da was war da was war da was war da jazzy und wer bist du mhm soll ich ein bisschen lügen ja mit geld uns beiden kumpel und der viel glück beim eintreiben heute schon gesehen wenn oh ja sehr gut klar aber der waschlappen ist früher weg er hatte angst dass der weg ihn fertig macht wo ist er hin was denkt die jungs nach hause zu seiner kreifenden frau in die kasse bohr hingehört das wissen nur die affen ja wir hatten jeden tag sehr viel spaß im verbite bis er zur absoluten spaßbremse wurde ist er vielleicht dort woher soll ich das wissen jetzt die leine waschi ja spaßbremse spanne ich mal da ist das ich würde definitiv definitiv nicht in diese rote passen und es würde und würde es auch nicht wollen jetzt ganz komischer hey was kein zutritt für waschbären was soll denn das heißen mein freund carlos wartet dann auf mich du kannst ihn gern fragen komm aber natürlich verschwinde jetzt bevor ich dir die birne einschlag dieses schwein für den weg hinein in die kasse darum oder was haben wir hier noch luces 14,99 für einen haarschnitt dann lieber spiegelschere und eine flasche whisky hier halte um dich zu ok mhm ah miss down ja heute dienst in der polizeistation da vorne ich kann jetzt nicht mit ihm reden ah ok ciao hab keine zeit für dich muss ich aus dem bild sein dass ich hier so was haben wir hier mit gancy und sans klamotten für reiche das kostet eine einzige socke mehr als mein ganzes outfit was du nicht sagst das kostet mir hat mal ein typ mit felshut eine überzeug eine übergezogen und mir hat dann meine neuen mantel vollgekotzt ach diese erinnerungen was haben wir hier mal sehen socken verpackung zigarren aha ein ticket für das bite aha bau guten tag mein freund willst du die aktuellen nachrichten erfahren wie geht es dir erstmal geschärft ist geschärft könnte natürlich immer besser laufen aber ich habe genug zum beißen diese verfluchten straßenhändler machen das ganze nicht besser garen will ist voll von denen und die ordnung wieder zucken keiner wimper und warum stört dich das so ohne genehmigung können sie ehrliche geschäftsleute mit mich unterbieten das sind verbrecher ach hausierer die ziehen mit klapprigem wagen umher belästigen die leute und alles ohne genehmigung polizei wird wahrscheinlich nichts machen ich habe versucht sie zu melden aber bis die polizei auftaucht sind sie verschwunden die sind verdammt blinker ok verstanden ja genau ich habe zu tun dieser dieser straßenhändler wird jeden moment auftauchen ich muss vorher noch was verkaufen hm wieso denn arschloch sein aber was eintreuen kunden mich wie wäre es dann wenn du etwas kaufst ich habe knapper zeug gefischende gedanke ist für jeden was dabei ja kommt nur die zeitung hm treuer kunde was auf der titelseite steht heute parade der großen affen in vorbereitung umzug am freitag das macht einen halben loon hm was soll denn das hier wieso habe ich ihn jetzt verarscht gehen wir jetzt nochmal rein und wir haben ein ticket oder gehen wir mal in die gasse hm ich hätte mich ducken sollen ah hi herr junge hast du endlich einen job ich bin privatdetektiv in welchem fall ermittelst du herr detektiv oder auch das interessante zu das ist vertraulich schon klar hast du in letzter zeit mit deiner mutter gesprochen ich melde mich bald bei ihr das solltest du auch und wie sieht es mit heiraten aus du vernachlässigst deine biologische pflicht gegenüber dem hirten die uhr tickt wir sind doch nicht mehr verwandt wir sind eine familie vielleicht verstehst du ja irgendwann was das bedeutet ich verstehe es das heißt ich verstehe es ja vergiss es machs gut komm schon wann haben wir das letzte mal geplaudert kannst du schon mein neues ehrenabzeichen echt schick guter junge das hat lydia gesagt sie liebt mich wirklich vielleicht zu sehr schön will ich das macht es aber nicht einfacher ich muss weiter ja ohne jetzt mich drucken sollen gas leary leary meine güte ist das lange her wow wie er lebt und lebt man ist das lange her wie läuft es bei dir alter freund ah und bei dir kann ich klaren das freut mich für dich bei mir geht es schon eine ganze weile steil bergab oi 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 arme leary das freut mich für dich bei mir geht es schon also ja lebst du jetzt hier ob ich hier lebe hast du gesehen was hier für die Typen rumlaufen nein ich lebe in der Nähe der Birke ist halb so schlimm es tut mir echt leid brauchst du Hilfe nicht wirklich aber danke und was führt ich hier hast du einen otter gesehen was hat er verbrochen nichts schlimmes hat nur die Ehe an die Wand gefahren tja wie die meisten wie sieht er aus hier ist ein Foto hab ihn nicht gesehen tut mir leid lass mich wissen wenn du irgendwas brauchst ich bin öfter hier und schnappe so einiges auf naja ich habe eine Spur aber ich komme nicht rein das ist hart aber da sind fast nur Katzen und Hunde drin du meintest der Typ sei ein Otter merkwürdig hast du vielleicht einen Tipp du könntest Johnny fragen er weiß vielleicht mehr als ich wer ist Johnny ein halbstarkes Eichhörnchen mit Lederjacke ah der Typ da ganz in ein Dealer ich weiß nicht genau was er mit dem bei zu tun zu schaffen hat aber er kennt die Leute dort ok womit dealt er das übliche Hype und Shatterfan ach und seit neuestem auch einen Stoff der sich Monkey Butt schimpft wer denkt sich solche Namen aus als wollten sie das Zeug nicht unter die Leute bringen und du sagst er könnte mir helfen es braucht vielleicht etwas Überzeugungsarbeit aber er ist entspannt ich habe gesehen wie er Leute reingeschleustert waren wohl seine Kunden ok ich geh jetzt weiter zu dem vielleicht muss ich ja doch Monkey Butt ja angeblich der absolute Hammer der Name ist nur leider treffender als gedacht stinkt erbärmlich das Zeug ah wahrscheinlich nimmt er da ein paar Drogen der Otter und darum riecht er so komisch riecht es nach Kräutern ich habe es selbst noch nicht probiert aber so könnte man es wohl nett umschreiben ah ja ok was weißt du über das Beite der Ladengörterfamilie Bloodworth gibt jede Menge Gerüchte die Bären lassen aber nur Hunde und Katzen rein eine Verbrecherfamilie letztes Jahr starb das Familienoberhaupt und seitdem ist die Kacke am Dampfen der Erbe steckt im Knast und der jetzige Besitzer gehört auch zur Familie ja die uneheliche Tochter oder so was sind das denn für Gerüchte ach alles mögliche dass ihr einen Affen als Liebhaber hat dass ihr alle anderen umgebracht habt um den Laden zu übernehmen ok jetzt habe ich Ticket ich kann mit Gerüchten irgendwie arbeiten und der Dealer da hinten ok alles klar Art das war eine willkommene Erwechslung wirklich sehen wir uns bald wieder na klar so was haben wir hier Gegensprechanlage keine Antwort keine Antwort na gut wie wollen wir das jetzt machen wir probieren es nochmal beim Türsteher mit dem Ticket ey Hank ich habe ein Ticket hier ist mein Ticket was soll das sein Spaßvogel da darf ich jetzt rein oder nicht das ist ein dreckiges Stück Papier das du im Müll gefunden hast also nein aber danke ich habe mich köstlich amüsiert willst du einen Witz hören nein stelle meine Geduld nicht auf die Probe ein Bier und ein Waschbier gehen in eine Bar ist ja gut Hank komm kann ich rein das muss ich wirklich zu dir Detektiv spielen ist nicht leicht kann ich ja ok warte dann ich muss schon automatisch sprechen The day I bought a bike Citizen Maine Johnny & John Don't drive Interessante Filme Bike aber echt hübsch mit diesen Tieren hier fällt mir bist du Johnny wer fragt hm wer ist der Howard komm was ist der Name für einen wandelnden Benchcode was kann ich für dich tun ich muss ins Beid rein komm das mag ja sein Kumpel was interessiert mich das hm hm sind wir ehrlich komm sind wir ehrlich verarsch du mich jetzt beweise es du Spinner vielleicht verrate ich dich nicht an die Cops wenn du mir hilfst ja treibst nicht zu weit du Spinner sonst schleife ich dich in deine Seitengasse mach die Platte ja komm her mach dich fertig ah siehst du den Polizeihund die Straße runter ich wette Downey würde gerne mal deine Taschen schnüffeln verstehen wir uns hab nichts bei mir hab nur so getan und jetzt so trottel du wolltest gerade dealen ich kann es beweisen nichts beweisen deine hässliche Visage ist der Beweis dass dein Papa dich gehasst hat wow 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 ok da sage ich jetzt Papa und dann Downey seinen besten Freund ok leck mich meine Wegen dann bring ich dich rein aber nur damit du dir eine Überdosis verpasst und bei lebendigem Leib von durchgedrehten Gänsen verspeist wir es wir sehen uns am Eingang du Spinner Idiot ich komme jetzt rein und verpipen sorry verpipen ach Johnny da mit Johnny so ich bin da Johnny rede mit dem Türsteher er ist ja gut hier ist Johnny hey Johnny oh du hast meinen Lieblingskunden mitgebracht Streifenteppich du kannst rein aber mach keine Ärger danke ich mache jetzt richtig Ärger hier wo ist der Otter ok ok was haben wir Jazz Alkohol entzückende Hunde Damen alles etwas zu exklusiv für meinen Geschmack René 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 männlich weiblich oh sie sind ungewöhnlich ich nehme das mal als Kompliment was sie wollen aber ne wie sie wollen aber das war nur eine Feststellung René Wilson Howard Lothar Ollis ach komm hm der Name ist ausgedacht für einen Howard sind sie zu jung vielleicht sind auch sie es die sich Namen ausdenken ja interessante Theorie aber ich kann meine Namen belegen sehen sie wie sie den Garten lügen nicht und auch Enthüllungsjournalist ich kann nicht klagen eigentlich war mir eine Freude hm komm einen Otter nein aber ich bin noch nicht lange hier das war schön Colby du siehst doch so aus als ob du mit dem Otter unterwegs bist ey sind sie auch wegen Adam Simmons hier ich freue mich so sie mal live zu sehen endlich hm Colby suche einen Freund ja ich kann doch jetzt an dem Foto hingehen doch mach mal oh keine Ahnung wirklich aber ich habe nicht richtig aufgepasst vielleicht irre ich mich auch ah ah Adam Simmons naja ich bin vielleicht etwas voreingenommen aber ja sie ist fantastisch sie scheinen ein großer Fan zu sein ihretwegen habe ich mir einen Plattenspiel dazu gelegt ich höre fast hm sie warst du schon mal hier ne ne meine Mutter mag den Schuppen hier nicht ich bin so sozusagen undercover hier und warum ich glaube sie hat noch nie in ihrem Leben einen Fuß in eine Bar gesetzt alles schäbige Kaschemen keine Ahnung in ihren Augen oh klingt als hätte es sich gelohnt gute Musik ha sie können aber nur sicher sein wenn sie bis zum Ende bleiben ich bin auch an der Kamera hier oh jetzt bin ich aber neugierig wenn sie nicht wegen der Musik hier sind weshalb dann können sie ein Geheimnis bewahren natürlich ich suche einen Mann hier ist ein Foto warum ist das ein Geheimnis hm er darf nicht erfahren dass ich nach ihm suche lassen sie mich überlegen ich glaube ich habe so jemanden da reingekommen sehen ah und haben einen Hinweis wo ist er hin er hat mit der Lady im Jahr die grünen Kleid gesprochen und dann ist er nach oben gegangen glaube ich hat er einen grünen Hut auf oh ja und seine Krawatte war auch grün das sah lustig aus pack den Koffer ich bin mir nicht sicher ok vielen Dank Colby ja der grüne bist du ja der grün aha du also Musikhörner komm wir hören immer Musik bist du bist du Simmons es läuft gerade keine Musik die ist gerade ausgegangen klar ist er oh der Barkeeper wird bestimmen wow 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 ok schon wieder Hank Zutritt nur für Personal ja ja ok kaum Ingrid guten Abend amüsieren sie sich hier alles andere wäre doch seltsam mein Freund verspätet sich wir greifen ein Stammgast hm jetzt können die Uhr nach ihm stellen so oft ist er hier vielleicht habe ich ihn gesehen wie sieht er denn aus eine Krawatte grüner Hut Brille ein Otter vielleicht hm oder denn guck mal mal hier grüne Krawatte grüner Hut klingt eher wie ein gesuchter Mann warum suchen sie ihn ah ja hab ich doch gesagt hätte ich nichts sagen sollen wir wollen was trinken Sie könnten an der Bar fragen oder Mrs. Bloodworth wie wärs mit einem Twink wenn sie darauf bestehen ja was trinken sie ok ich überrasch dich ja den Twink so reden wir erstmal mit dir Clarissa bist du diese Bloodworth sie sehen etwas verloren aus ich bin genau da wo ich hingehöre wie selbstbewusst ich kenne sie nicht sie sind doch kein Unruhestifter oder? hm hm ne ich will was Neues probieren und wie läuft das bisher ziemlich gut geht mir genauso also mit wem habe ich das Vergnügen komm hier lügen wir ein bisschen oder? ladies first ah sie übernehmen also gehen die Kontrolle ich kann ihnen versichern das funktioniert bei mir nicht hm hm wenn sie mir auch in die Spur gefahren ich sag jetzt will ich bin immer Privatdetektiv ja aufregend sind sie geschäftlich hier hm ich folge einer Spur ich denke nicht ich müsste sie bitten zu gehen und wer sind sie? ja das ist die Bloodworth mir gehört das Verbite und sie sollten gehen und sie wollten gehen ne ne will ich nicht ich denke ich bleibe und ich fürchte ich muss darauf bestehen oder soll lieber Hank bitten er ist so überzeugend wenn er wütend ist ok überredet keine Sorge Mr. Lothar wir werden uns bald wiedersehen das werden wir Clarissa ich habe mich doch sowieso rausgeschmissen wäre der Hank gekommen und gesagt na 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 neues Ziel wir gehen einen Weg zurück ja jo Hank reifenteppich hat er mich gerade beleidigt hm was hat sie vor ich muss einen anderen Weg nach finden weiß wir haben doch hier an unseren Kumpel Larry man hat mich vor die Tür gesetzt oh Howard wie hast du das dann wie hast du das denn geschafft hm egal jetzt warte mal du hast gesagt du machst sowas nicht mehr und du hast gesagt du hättest keine Erfahrung mit Monkey Butt Leute ändern sich nicht Larry Larry irgendwas nehmen ich muss rausfinden was es ist das interessiert mich mein Geschwitz von gestern muss da rein meine Güte ich rate dir dringend davon ab aber wie du willst also gibt es noch einen Weg oder nicht der Lieferwagen da drüben ist gerade angekommen und ein paar Typen sind durch die Hintertür rein ich habe auch Stimmen vom Dach gehört irgendwo da oben muss also auch eine Tür sein hm hm hat das die Sprechanlage da hinten wie läuft das mit der Hintertür die haben da eine kleine Gegensprechanlage du klingelst jemand geht ran und wenn sie dich erwarten lassen sie dich rein und wie werde ich erwartet leider nichts vielleicht haben sie ja eine Losung du bist der Detektiv nicht ich hm hm was hat das mit der Tür auf sich naja die meisten dieser alten Häuser haben eine nur musst du irgendwie aufs Nacht kommen hm gibt es eine Feuerleiter nein keine Feuerleiter und das Bald ist zu hoch vielleicht gibt es etwas flacheres worauf du klettern kannst der Zeitungsstand mein Kumpel Bo wow das könnte klappen erst auf den Zeitungsstand dann rüber zum Mckenzie Mckenzie und dann über die Dächer wo ist allerdings kein eingenehmer Zeitgnusse ich weiß er ist doch ganz nett merkwürdig vielleicht ist er blind geworden und hat dich nicht als Waschbäh erkannt ich würde ihn jedenfalls fragen ob du ihm aufs Dach steigen darfst hm hm ok danke wie wollen wir das jetzt machen hier Florence sie ist ein bisschen kaputt aus Florence was platzen sie so geht es ihnen gut mir geht es gut aber was geht sie das an hm ich will nur helfen ich sagte mir geht es gut gehen sie sie du heisst Florence oder hauen sie ab wenn sie so weh wenn sie wehen wieder haben wissen sie jemanden ja klar nun sie ruhig so als wüssten sie von nichts sie können mich nicht täuschen nein Sir ich durchschaue sie und ich rühre mich nicht vom Fleck bis ich mit meiner Tochter sprechen darf oh oh ist sie hier im Club große Tochter ich bin nicht blöd ich weiß dass sie da drin ist aber sie will nicht mit mir reden nein ah es ist die die am Tisch sagt wo die Mutter nichts davon hält hm ok komm du brauchst Hilfe nun das könnte ich vielleicht wenn sie wirklich nicht was ist passiert sie ist in diesem Drecks und ich komme seit Tagen her aber sie sagen sie lassen mich nicht mit ihr reden ich bin ihre Mutter verdammt was macht sie da drin die Kleine wollte es auf eigene Faust schaffen und ist in diesem Brotell gelandet hm wie dumm sie haben sie unter Drogen gesetzt ich weiß es sie lassen sie nicht ihre eigene Mutter sehen mein armes Mädchen ok das geht jetzt zu weit ok ich geh rein und wenn ich sie finde sie hat graues Fell ihr Name ist Rose sie flippt immer aus wenn ich sie Rose nenne sie ist gerade erst 20 geworden wenn diese Kerle meinem Schatz auch nur ein einziges Schnur erkrömmen brenne ich dieses Dreckslauch nieder und ich bin dabei warum sind sie so sicher dass sie da noch drin ist ok wir versuchen uns jetzt mal zu beruhigen sie ist mein Baby ich weiß wo sie ist ich kann es spüren hm wann hast du sie gesehen vor zwei drei Wochen wir hatten einen Streit hm ok sie war schon mal hier oder sie hat gesagt sie arbeitete als Bedienung aber ich habe herumgefragt in diesem Loch gibt es Drogen und noch mehr graues Fell Rose ok sie haben also wegen ihres Jobs in beiden gestritten und dann haben sie sie zuletzt gesehen ja und schon gut ich tue mein bestes ist ja gut ich danke ihnen sagen sie ihr dass ich hier draußen auf sie warte sie haben es ihnen nicht gesagt ganz sicher gibt es noch einen Weg rein nein ich habe Stimmen auf dem Dach gehört aber wie kommt man da hoch ok sie haben also versucht rein zu kommen naja ich komme ja jetzt schon einigen Tage her und ich habe die Sider-Lieferung schon öfter gesehen die Lieferanten sagen diesen Satz in die Sprechenlage und werden dann reingelassen gibt mir die Lösung ich habe sie mir Wort für Wort gemerkt beim großen Feuer ich habe mich verguckt lass mich rein danke ja ich werde sie finden keine Sorge so keine Antwort hier hier einsteigen daraus starten sich Pappschachteln und es riecht nach Rost am Armaturenbrett ist ein seltsames Aufnahmegerät angebracht das Handschuhfach scheint unverschlossen zu sein öffnen du öffnest das Handschuhfach und findest einige Zeitungen und Dokumente die wie Rechnungen oder Checks aussehen komm Zeitungen zwei Zeitungen vom September und Oktober sie sehen nicht so aus als wären sie gelesen worden was haben wir für Schlagzeilen Epidemie bleibt gefährlich Gänse verbreiten Krankheit möglicherweise weiter ja genau Angriff auf Mauer drei Verletzte ein Tote Rechnungen werde ich jetzt mitnehmen mit E was habe ich gemacht E ah ok Rechnungen Unternehmen Starling Sider Limited das nicht näher benannte Waren genau Waren heute verkauft es ist ein Aufnahmegerät Verstand für die Überwachung auswählen hab vier Pakete für dich ganz ganz toll genau so viel kriege ich nicht unter wir haben dich schon vor zwei Stunden erwartet bleib weiter so ein Arsch dann bin ich weg wir haben vier Pakete die abgeholt werden können drei bekomme ich im Lieferwagen unter du bist zwei Stunden zu spät auf die Verspätung ok verlassen ein paar Infos sie ich glaube sie liefern hier kein Cider die liefern hier wir wissen alle Bescheid ok so ein großen Feuer ich habe mich verguckt lass mich rein Mist die Frage ist wer hat mit wem jetzt geredet ah bist du bescheidest du bist vier Stunden zu spät hm verdammt ich war im Stau kann ich rein verschwinde ich rufe die Sicherheit werde ich zum beladen ah nett heiliger Affe lässt du mich trotzdem rein was soll's wir haben heute drei Pakete großes Kino komm rein und warte im Wäscheraum ich bringe alles rüber sobald es fertig ist ok komische Antworten heiliger Affe gehen wir jetzt rein weiß aufs Dach Wäscheraum die Bar liegt direkt hinter dieser Tür vielleicht könnte ich mich hinter diesem wütenden Türsteher nach oben schleichen Töpfe sieht nicht gerade sauer aus hier würde ich auch dann nicht essen wenn sie mich da rausgebrochen hätten gehen wir jetzt da durch oder was ist hier mit dem Aufzug er lasst den Aufzug nach unten dafür braucht man einen Schlüssel der wird mir gleich wieder rausschmeißen und rauf da Hank du alter Lump so wo ist die Tochter Rose bist du hier Kinder können dich nicht hören wenn du dich duckst und sehen dich nicht hinter dunklen Objekten ok was ist dunkles Objekt darf nicht auffallen aha ok seid ihr hier Feine was bist denn du was bist du für eine Ratte lalala lalala da ist jemand was für Bilder hängen hier an der Wand ok 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 jetzt aber schnell Privatzimmer verdammt habe ich habe ich ihn verpasst vielleicht hat er etwas zurückgelassen das Obtet hilft gemälde da hängt eine grüne Krawatte hinter dem Rahmen wie ist sie da hingekommen wo passt zu meinem geheime Aufzug ok grüner Hut ein grüner Hut green muss hier gewesen sein aber wo ist der Rest von ihm Kräuter ist das Monkey Butt das macht den Namen alle Ehre aber hier ist doch noch die Tochter und ich könnte mich vermutlich da rein spingen nicht dass ich sonderlich scharf darauf wäre aber ich kann es mir nicht leisten wählerisch zu sein will da jetzt aber nicht rein wird weiter gehen sollen muss die Tochter noch finden oder werde ich sie finden so was haben wir hier dieser Ofen steht sieht aber düster aus was verbrennen sie da darin du weißt es Aufzug kein zurück mehr die Gäste das Bein scheinen gut zu essen Greg im Inventar hat schon wieder was gefehlt und wenn ich dich beim Clown erwische hacke ich dir deine diebischen kleinen Finger Greg Greg Gegensprechanlage eine Gegensprechanlage die mit anderen räumenden Gebäude verbunden ist und nebens auch eine Liste mit Nummern wen rufen wir an? die Bar? hier ist Boy hey Boy Greg stehst du schon wieder im Kühlschrank mein Kühlraum fest naja naja nicht prüfen wir die Verbindung was wer ist das? hm Kühlraum ok Verpackung niemand geht dran Küche jo hier ist die Küche was gibt's falls du's bist Nein ich mach dir keinen Snack hm ich stecke im Kühlraum fest komm wie um alles ich bin gleich da und kannst du was erleben ich glaube da kommt jemand wenn ich klein mache ich könnte nicht wenn ich klein mache ah hätte ich jetzt keine anrufen müssen ich darf mich nicht von den Kerlen mit den großen Messern zerfischen lassen riecht aber verdammt lecker hier tschau gefährlich 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 was ich hier treib aha Uuuuuhh Kaderobenschrank untersuchen auswählen und kannst du die neue Folge ändern okay okay verschieben verschieben Schieben... Was haben wir hier? Ein Foto unten? Wir Kreis... Wir Kreis... ...Train, okay. Eine Karte. Gregory, könntest du vielleicht deinen Pfeil an ihr Lockers geben? Nee, komm. Ich tue jetzt alles darüber. Alles zu ihm. Das gibt Ärger. Karten. Hier sind ein paar Karten. Jetzt haben wir hier. Okay. Ein paar Rotten. Ein paar Rotten. Komm mal rüber. Alles zu ihm. He he he. Rausch mal den jetzt ein bisschen. Und rüber. So. Wir Kreis nochmal. Viereck. Reik, okay. Wir Kreis. Viereck. Reik. Okay, Chef. Was auch immer. Gut, der Schlüssel ist schon wieder weg. Er ist hoffentlich jeder da, wenn ich zurück bin. M-m-m. Coach los. Äh, ja. Boah. 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 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0, 0. Scheiße. Das könnte mein Ticket hier raus sein. Scheinbar brauche ich hier einen Schlüssel dafür. Ja, ich weiß. Wo ist dieser Schlüssel? Muss das jetzt sein? Was haben wir da? Was haben wir da? Coach los. Ich habe ihn nicht. Hier unten. Guck mal, da kann ich die Tür aufmachen. Anscheinend nicht. Wo? Okay. Hier ist eine 3. Hm. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Ich sehe hier viele Dreien. Okay. Aha. Warte. Nein. Drei. 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 Auch nicht. Drei auf dem Kopf. Oh. 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 Drei. 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 Ah. 6, 4, 1. 6, 4, 1. Boah. Aha. Warte, warte, warte. Ich habe doch keinen Plan. Ja, wir haben doch was Schönes. 10, 10. 10. 10. 0, 10. 10. Hm. Was kann ich hier machen? erals. Irgendwas. Irgendwas. Irgendwas! Detektiv! Okay. Okay, aber was? 6, 4, 1, 3. Absetzen. Das könnte quick sein. 6, 4, 1. 6, 4, 1, 3. Probieren wir 6, 4, 1, 3. 6, 4, 1, 3. 3, 6, 4, 1. Scheiße. Spüre auf. Okay. Was habe ich im Inventar? Visitenkarte. Ziele. Wie? Denken wir jetzt hier fest. Wo ist dieser Schlüssel? Probieren wir es noch mal. Da ist keine Ahnung, was das ist. Das verstehe ich auch nicht richtig. Muss ich das drüberlegen? Vielleicht. So, vielleicht. Ist ja auch so eine Art Dreieck hier. Leicht, leicht verwirrt. Leicht verwirrt. Hier passt doch gar nichts zusammen. Citizens. Ja, ja, Citizens. Hier sieht es aus beim Quack wie sonst was. Lass mich überlegen. Nichts. Kreis. Ah, die Größe jetzt. Hier. Hier hier. Okay. Was ist das hier drauf? Ist hier eine Zahl? AV? Nö. Hier. Eins. Jetzt, 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 jetzt. Haben wir es doch. So. Nein. Die andere. Fünf. Und das da wahrscheinlich hier drüber. Null. So. Jetzt die Frage. Ah, ah, warte. Ich glaube, ich habe es. Habe ich es? Ah, jetzt, jetzt. Vierk. Ist das hier das Vierk? Also. Null. Null vier. Null vier, fünf. Vier. Äh. Null. Vier. Fünf. Eins. Null vier, fünf, eins. Null vier, fünf, eins. Quatsch. Vortsetzen. Null vier, fünf. Null vier, fünf, eins. Null vier, fünf, eins. Null. Null vier, fünf, eins. Ja. Genial. Ich dachte, ich verzweifle jetzt. Okay, hat es schon ein bisschen gedauert. Aber schlaue Waschbe. Es ist so kalt hier unten. Wo ist das Licht? So, das bin ich. Was ist hier los? Ich habe jetzt aber die Tochter nicht gefunden. Oh, oh. Ist das Otter? Oh, ist das Otter? Oh, verdammt. Was? Ist das Otter? Ein Nacktator oder Otter? Was zum Teufel? Ich habe ihn gefunden. Ja, ich weiß. Jetzt fügt sich alles zusammen. Ich lege Ottert Grins Mann. Okay. Hauen wir mal. Keine offensichtlichen Anzeichen von Gewalt. Oh, ja, 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 neues Ziel. Komm, ey. Oh, es wird ein Kampf geben. Oh, kommt jemand schnell. Ich muss mich verstecken. Ich weiß. Ich weiß. Ah, ich wurde erwischt. War nicht so geplant. Ich weiß. Soll ich mich denn verstecken? Hier. Sie wird mich doch erwischen. Klar. Wo soll ich mich verstecken? Ich weiß. Wo soll ich mich verstecken, Junge? Kiste. Und ciao. Oh. Affen. Der wird ihn gleich klein halten. Hier ist Greg. Achter ist er. Nein, ich habe noch zu tun. Punkt. Okay, ich komme. Greg ist ein also ein kackter Affe. Hey. Schlüssel. Her damit. Schlüssel. Vielleicht komme ich hier lebend wieder aus. Ah, tut mir. Vielleicht gleich sein. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Oh. Oh, ich werde hier gleich verprügelt. Ja, Frau. Mrs. Green. Ich glaube, ihr Mann ist... Ich nehme deinen Aufzug und hau ab. Aber die Tochter ist noch hier. Ich kann doch jetzt die andere hier nicht allein lassen. Hey, hopp. Hopp. Ja, tut mir leid für die Tochter jetzt. Ich hätte sie suchen sollen. Erstmal her, Ryan. Aber schön erzählt. Schöner Akt. Gefällt mir sehr. Mal was ganz, ganz anderes. Und ihr kennt mich ja. Wie er meistens... Ganz, ganz andere Sachen. Und das ist gefühlt für mich jetzt noch mehr. Ganz, ganz, ganz anders. Akt 2. Verbindung. Scheiße, 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 scheiße. Sie haben ihn geschlachtet. Hm, die haben ja wirklich geschlachtet. Und die Leiche loszuwerden. Oder stirbt noch schlimmer als dahinter. Nein, das ist absurd, Leute. Es sind doch keine anderen Leute. Hier wird das beide Fleisch von Leuten. Wir haben Leichen zerlegt und in Kisten verpackt. Ich habe früher mal Geschichten über rituellen Cannibalismus gehört. Scheiße. Hm, wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn vor mir. Oh nein, ich bin nicht an dem Geruch. Ganz, entrede ich auf den Alkohol. Was zum Teufel mache ich denn jetzt? Ich habe die Pflicht, etwas zu tun, auf jeden Fall. Aber was zur Hölle kann ich schon alleine ausrichten. Ich muss verhindern, dass anderen das Gleiche wiederfällt. Gute Idee. Ich frage Clarissa Blattwurf einfach nett und höflich. Sie wird mich bestimmt verstehen. Soll ich so... Oh, Beweise sammeln. Ich mache es noch nicht öffentlich. Sonst denken sie ich mir verrückt. Ich hatte Glück, dass ich das erste Mal mit dem Leben davon gekommen bin. Ich gehe da nicht wieder rein. Ich kann nicht. Der wichtigste Fall meines Lebens. Aber ist es das Risiko wert? Wurde sein, Melden. Aber bringt das etwas? Was soll ich denn sagen? Hallo, ich bin in ein Haus eingebrochen und würde gerne ein Wasser kommen, Melden. Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich habe absolut keine Lust auf Fragen, die sie mir stellen würden. Kommt nicht in Frage. Sie hat sie wahrscheinlich auch in der Hand, oder? Sie würde so etwas nicht tun, wenn sie nicht von hoher Stelle gedeckt würde. Was soll ich Odette erzählen? Wie wäre das mit der Wahrheit? Vielleicht verkraftet sie die nicht. Ihr Mann wurde im Keller in so eine heruntergekommenen Bar zerhackt. Ich habe es gesehen. Scheiße, nein, Howard. Und rede mich raus. Ich sage, ich rufe ihn mir immer noch. Ich habe keine Ahnung, warum er umgebracht wurde. Vielleicht kann ich ja ein paar Antworten finden. Ich lüge. Wenigstens zieht sie ihn nie wieder. Ich rufe sie einfach an und rede mich raus. Vielleicht ist es besser, dass er fort ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin total überfordert. Warum, Jess? Was hat er getan? Vielleicht war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, natürlich wird er nicht der Erste gewesen sein. Wie viele Leute hat Bloodworth auf dem Gewissen? Der Typ hat auf mich wie ein harmloser Verlierer gewirkt. Ja, vielleicht. Ne, unmöglich. Okay, ich bin total überfordert. Warum ich? Scheiße, vielleicht vergesse ich ja wieder, wenn ich nur genug trinke. Ich muss es einfach versuchen. Trink und versuche es zu vergessen. Wird nicht funktionieren. Ach, jetzt ist die Flasche leer. Genau. Ja, genau. Schmeiß es hin. Nicht weinen. Okay, so eine Scheiße. Okay. Also der erste Akt war schon mal sehr schick. Und dann würde ich genau meinen, wirklich zum zweiten Akt beenden wir hier und fahren dann mit dem zweiten Akt an fort. Wie hieß es jetzt nochmal? Verbindungen, oder? Sieht man den hier? Nein. Aber, also ich muss sagen, echt lieblich gemacht. So ein bisschen erwachsene Geschichte, hätte ich jetzt nicht gedacht. aber die Welt auch von Tieren beendet wohnt. Wie in Fiktiv alles. Mal war es ganz, ganz anders. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part reinschaltet. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.